Seewipa Profi Seemaschine ist bestimmt für das Sehen von Saatstreifen in Profigrösse von 1 km. Seemaschine besteht aus dem Leitrad und Zudrücksrad, die mit dem Rahmen verbunden sind. Auf dem Rahmen gibt es ein Aussaatfuss mit einstellbarer Höhe, einem Halter für die Packung von 1 km Saatkut, ein Abwickelmechanismus, ein Markiergerät und einen Haltergriff, mit welchem die Seemaschine bewegt wird. Die Saattiefe wird mit der Schiebung von Aussaatfuss auf dem Rahmen bestimmt. Die Seemaschine ermöglicht laufende Einstellung von Saattiefe 1-4 cm nach den Bodenbedingungen und Ansprüchen von Saatgut. Für das Saatgut von den meisten Gemüsearten ist die optimale Saattiefe 2 cm. Seewipa Profi hat ein einstellbares Markiergerät für die beiden Aussaatrichtungen. Die Markiergeräte sind leicht anpassbar und die meistens benutzten Zwischendrill-Reihendistanzen sind vorgezeichnet. Die Bereitstellung der Seemaschine für das Sehen Der Anfang vom Saatstreifen wird einmal ums Abwickelrad umgewickelt und mit dem Hilfsmittel für das Anfädeln durch den Ansaatfuss bis zum Zudrucksrad durchgezogen. Nach dem Ablösen des Saatstreifens aus dem Hilfsmittel für das Anfädeln ist die Seemaschine bereit für das Sehen. Die Seemaschine ist so konstruiert, dass für das federfreie Sehen nur die Bewegung nach vorne genügt. Das Sehen ist am Ende der Drillreihe beendet, wenn der Streifen vor dem wüschten Ort abgerissen wird. Für die Aussaatfortsetzung in der nächsten Drillreihe ist es nötig, die Markiergeräte anpassen und in der gekennzeichneten Trasse fortsetzen. Das Sehen ist einfach, schnell und exakt. Das Sehen ist einfach, schnell und exakt. Das Sehen ist einfach, schnell und exakt. Das Sehen ist einfach, schnell und exakt.